Ich kenn mich oft überhaupt nicht mehr aus. Neulich hab ich bei einer Demo gelesen, Putin go home. Was? Er ist zu Hause. Das ist ja sein Problem. Alle anderen waren schon in Kiew. Scholz, Macron, Johnson, sogar Annalena Baerbock. Sogar die Baerbock hat's irgendwie in die Hauptstadt geschafft. Nur nicht Putin. Jetzt kommt auch noch der Papst. Den braucht man an der Front. Pazifist, schwer zu Fuß, sieht aus wie eine weiße Flagge. Gewünscht haben die sich Panzer kriegen, tun sie das Papamobil. Das feuert aber nicht Raketen ab, um Russen zu vertreiben. Nein, das spielt Eiswagenmelodien, um Kinder anzulocken.